so du musst nur wieder noch kommt und kommen mit der Kälte der Kälte der Kälte bei der Aralys Geltkrieg 8 Prozent Prozent aber gut drauf da haben wir noch ein nicht auch von folgendem durchforschen kaum noch platt und ich habe also ja das schafft der Turm noch darf noch zwei top 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 genau zweites Gebäude kann ja nicht schaden, wir haben eh genug Geld zu viel schon eher den haben auch viel zu viel bisschen Geld ausgegeben um nicht nur noch ein bisschen zurück abkommt ganz ehrlich aber ja das war noch von den Nagas beigerufen können dass ich am liebsten trau-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo das soll der Scheiße jetzt E-File Möchsen kleiner Diener hat ach komm auch noch mal macht zu können die Schaden macht nur eine Schildkrille gegen Türme es sagt ja dass sie hier ein Stil und du brauchst mir nochmal eine Korallenbank oh Gott die Kuschelkrabbe oh Gott wer es kennt ey Jo ja mei haben wir die Forschung abgeschlossen Gott war das scheiße das ist ja sehr cool aus in die Gebäude bauen finde ich jetzt das können die Hohenbücher wir brauchen mehr Korallen nein nein brauchen wir gar nicht brauchen mehr weiterkämpfen anscheinend ja doch wir halten ihn das aus weil das stand ja verteidigen du bist schon zwei das ist voll cool Prozent Prozent zweifel bestellt aufs Jan Lohr von den Schaden alter ist nicht krass oder so aus waschen der KB hat nichts gesagt was sagen die mal da weit kommen doch die alle noch ein bisschen weiter raus die Veren sind nämlich gerade alle so ein bisschen aufgehauen einst dann müssen die da hinten zerstören oder hochnehmen oder der KB hat nicht krass oder also hier der KB hat die die so hat man die grüne Basis gleich ausgelöscht Jo ich hab's so gemerkt und so ne sie kommen wenn er um Pio und ihm auch nicht wer wird nicht gut zu okay nein ich bin kein Loll-Flamer-Kid doch gut Mein Kommentar ist hier immer so anspruchsvoll. Wie immer. Ach, das da oben ist mein Gold. Das ist ja mein Gold. Nein, das stimmt gar nicht. Obwohl, der hat das auch, aber... Ne, das brauchen wir gar nicht. Ja, lol. Wo sind denn die? Winter Chill, ja, cooler Name. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Alter, wie ist das gerade klatschen? Alter, Schlawicki. Boah, ich würde mal sagen, ich renne mal ein bisschen, ne? Oder sollen wir mit Fokus nochmal versuchen? Ne, komm weg hier. Boah, kommt schon, um auch verlangsam zu sein. Den können wir noch schnell platt machen. Ach, unnötig sind die Spontor eh gleich. Guck mal, ich tauch gleich runter. Tup. Guck mal, ich bin noch nie nervös. Die giftige, die hinterher würde werden langsamen und verletzten. Abteurerwäge. Oman Partler. Ich kann mir mehr Geld benötigen. Können liegen in denen die Transferrieren oder so, weil ich gut bin. Nein. Lunds Gold mein Freund leichte Amphibische Nahkampfeinheit Klingt ja toll Klingt echt superiös So, ich will heute eh gleich eine Aufnahmepause machen, ich will nicht, ob ich es leider noch fertig spielen soll, weil ich nehme jetzt 3-4 Stunden drauf Oh no, ich weiß es nicht, ich will nicht Erstmal können wir ja gleich noch speichern, ja, ich will jetzt mal eine Aufnahmepause Mal den halt noch und hier so und so, und ja Gut, dann war es das in dieser Aufnahme